Ich könnte ihm sagen, er soll irgendwas hier von tragen. Ja okay, die Frage ist nur, Standing Orders, Kitchen Creatures, weil ich will jetzt langsam auch mein Militär aufbauen. Ja, die nehme ich den Hunter-Task mal weg. Fischerdorf, machen wir den Fischcleaner mal zum Fischerdorf noch. Fisch, so. Und Fisching darf er nur hier betreiben. So. 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 Ah ja, und ich könnte noch mal wieder ein paar zusätzlichen Tasks... ...wurden Perils... ...mal wieder 20 Stück in Auftrag geben. Ich bräuchte halt wirklich einen zweiten Stone Quarptor. Warum bist du eigentlich so angepisst? Äh... ...Thoughts... ...Satisfied at work... ...Pleasure... ...ba-ba-ba... ...No squatters signed... ...Relations... ...Groups... High and Low Traffic Areas... ...So... ...Das haben wir ja auch noch. Hmm... Was macht mein Buhr gerade? Attend Meeting, okay. ...Maria. So, jetzt wird es Zeit, dass wir hier nee gut, gut Accept Custom Food Trinken Platzieren Und dann hier Accept Our Food Prepared Meals Platzieren Genauso wie Käse Ja doch, Käse Und Kick So, das heißt hier wird nichts mehr davon hingebracht Hier kommt eigentlich nur Hier sollten eigentlich Finished Goods hin Ja Und hier sollte alles andere außer Finished Goods hin Erstmal Ach ja, und kein Leder mehr Ja, so Ja, so So, du wirst jetzt mal auch zu Stone. Und Tasks. Ähm, Stone. Kriegst du auch noch, so. Da musst du heute ein bisschen was lernen. Ah, Kinder. Oh, das hangelt ja da unten am Fluss. Okay, dann. Verändern wir mal die so. Und dass er nicht ständig da unten angeln geht. Hmm. Nicht unter Nahrung. Äh. Hier. Ja, Barrels. Bitte Barrels hier lagern. Und hier nehmen wir sie weg. Barrels. Jetzt muss ich mal kurz gucken. Rockkoffer eigentlich müsste das Bondort zum Wooden Bin sein. Können wir mal kurz gucken. Furniture. Nee. Oder? Empty Box. Ja. Ich mache einfach mal zehn Stück. Ich mache noch meinen Koch gerade. Ach, der Plante zieht's. Okay. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Schalk Bracelet wurde erstellt, Masterworks sogar. Schalk Bracelet wurde erstellt, Masterworks sogar. Vielleicht tut er dann auch was. Ach, gerade ist er, okay. Boden Barrels sind fertig. Schalk Bracelet wurde erstellt, Masterworks sogar. Türen kommen auch langsam rein. Dann können wir nämlich mal... Noch ein Masterpiece, können wir mal Türen platzieren. Und hier nehmen wir mal die Barrels raus. Das brauchen wir eigentlich nicht. Und Wheelbarrow können wir hier auch rausnehmen dann. Ach, wir haben noch vier Tische und vier Stühle zu platzieren. So. 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 Jetzt will ich aber immer noch herausfinden, wo ist mein General? So. 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 Hier setze ich nur einen Militia Commander, Militia Captain. Nee, wenn ich den da reinsetze, bringt's nix. Tasks, Places, Labor. Workorders, Nobles, Objects. Undjustice. Squat sidebar, ah. This is the squat menu, here can you create, dojo again, okay. Ups. Change the squat symbol, the leader's sheet. Okay, das ist jetzt mein General. X-Bow, und ich hatte noch ein X-Bow. Fürs Erste, ja. Okay, dann würde ich aber mal sagen, also erstmal schließen wir das. Oh, die Welt. Wir können uns tatsächlich hier die Welt ansehen. Ich würde sagen, es ist mal wieder Zeit zu speichern. Also, save this timeline. Und dann machen wir hier erstmal wieder einen Cut. Also, bis gleich.